Wir hören hier einen Victory nach dem anderen raus. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Heute bei Fresh Angezockt spielen wir den Pro Gamer Manager. Und wir starten mit einem neuen Spiel natürlich. Loading. Ja, der Pro Gamer Manager ist ein Manager für Pro Gamer, hab ich so gehört. Also, wir haben Credits 0, Fans 0, EP 0, Energy Full. Hier haben wir ein E. Welcome to Pro Gamer Manager. You are Kazen Baird, age 16. You just started playing a game called Phobar. In game you are known as Prelavia. Phobar is the most popular game on the planet and you just can't stop playing. Okay. Ja, das hab ich gelesen. Play Phobar. Äh... Try to... Okay. Normal mentality. Äh... Focus on working better with your team. Ne, die Champion-Dinger nämlich. Okay, das ist Pre-Match. ADC, wer bin ich von denen? Wie hieß ich nochmal? War ich der? War ich nicht Support? Kann das sein? My Team, Full-AD Team. Enemy Team, No In-Nation Team. Start. Enemy Team is grazing up in Top Lane. Tell Team to grow up. Yes. Yes. Your Midlander told you to be careful in lane. Step down and play really... Yes. Ich hör einfach mal auf den. Dann gibt's Getränke und was weiß ich. Defeat. Ich hab verloren. Okay. Game Score 3. War jetzt nicht so cool, glaub ich. Ähm... Natürlich muss man viel watchen, um das zu lernen, ne? Ähm... World Rank 4. Wir gucken den zu den Deutschen. Da lernt man immer was. Gar keine Frage. Learning. Siehst du? Da stand direkt Learning. Nochmal Learning. Das ist natürlich cool. Da kann das nächste Match schon gewonnen werden, quasi. Und, äh... Und dann kann man hier gucken. Was ist Research? Learn a wall. Okay. Zack. Ach, man kann das noch gar nicht machen. Ah, ich hab zu wenig AP. Äh... Was bringt das Bett? Energy. Ah, fuck. Das wollte ich gar nicht. Ich hab einen Fan schon. Streaming for fans is a good way to make money from donations. Wow. Die haben das echt raus, ne? Playfoba. Äh... Try to counter enemy mirror. Hmm... Attempt creative. Whisky plays. Äh... Wer ist der Team? Wer bin ich diesmal? Wo bin ich? Wie heiss ich nochmal? Bin ich der wieder? Super... Kann das sein? My team, no tank team. Okay. It's a roof team fight. Everyone takes damage focus to help frontline to stay alive. Yes. Gucken wir mal, ob wir das überleben, ne? Ich bin ja der übelste Pro hier. Defeat. Okay. Aber ein bisschen Farming Skills hab ich mehr. Und Reflexes und Creativity. Ähm... Ich bin noch nicht müde. Ich spiel noch ne Runde. Spielen wir mal defensiv. Und äh... Gucken wir mal, dass wir die Champion-Dinger bekommen. Zack, das waren die Pigs. Ich hab eh keine Ahnung davon. Ist wahrscheinlich nicht real, irgendwie sowas. Opposing Team. Top Lane and Jungler is invading. Tell Team to push lanes. Yes. Vielleicht mach ich auch grad alles falsch. Enemies. Arrayed on Player. Focus effort to shut him down. No. Was ist das hier? Victory! Mein erstes Match gewonnen, Freunde. Das ist nice. Das gibt direkt hier 5 EP. Klaus. Kann man irgendwas schon lernen jetzt? Ähm... Research. Learn a wall. Okay, das ist nice. 75. 100. Äh... Was will ich werden? Natürlich ADC. ADC sind immer eigentlich die, die es am Ende reißen, oder? Die coolsten, die es gibt. Gute, find ich. Okay, ich hab wenig Energy, deswegen geh ich erstmal wieder schlafen. 9 Fans hab ich schon. Immerhin. Mehr als derzeit auf YouTube so gefühlt. Hä, 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 hä. Oh Mann, ey. Der Titel wird sein, ich werde Pro-Gamer. 100 Pro. Äh... Wir können mal wieder ein bisschen gucken. Hier, World Rank 3. Da kann man bestimmt ein bisschen was lernen. Die kriegen 95.100 Dollar pro Woche. Das hätte ich auch mal gerne. Learning. Learning. Und nochmal Learning wird es geben wahrscheinlich, oder? Komm, Learning. Learning? Nein? Doch. Nochmal Learning. Also wir haben wieder viel gelernt heute. Machen wir mal hier. Äh... Counter-Pick-Enemy-Team. Machen wir mal Normal. Und... Gucken wir mal. Focus on Learning. Ich bin jetzt ADC natürlich. Support ist jetzt ATL. Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Noch nie gehört. Und dann geht's hier rund. Was ist diese... Dings hier? Diese... Bar. Wir haben wieder gewonnen. Das war nice. Ohne dass ich viel Ahnung davon hätte. Äh... Was können wir researchen? 15. Das kostet zu viel. Ähm... Da spielen wir noch eine Runde. Wir haben noch ein bisschen Energy übrig. Ich... Mh... Mh... Normal wieder. Und... Darauf fokussen. Ein bisschen Team-Pick zu machen. Gucken wir mal, ob das gut geht hier. Erstmal die Picks wieder. Jupp. Team comes in space. Don't you're stats. Okay. Bisher kam noch keine... Jetzt kam eine Nachricht. Stay in lane and push. No. Wir müssen top lane selber gehen. So ungefähr. Und... Defeat. Ah, wir haben verloren. Das war nicht gut. Was ist das hier? Six fans. Oder? Ja, ich hab 38 Fans mittlerweile schon. Wir können noch research machen hier. Das. Gucken wir mal. 75. 100. Okay. Wir können uns jetzt ein ADC aussuchen, den wir pushen können quasi. Ähm... Wo wir... Wo wir dann imber werden mit. ADC nehmen wir doch irgendwas Burst-mäßiges, oder? Ich kenn mich da nicht aus, ehrlich gesagt. Und danach müssen wir, glaube ich, schlafen gehen, weil wir sind müde. Ja. Energy Law. Go to bed. Ich hab Rage auch relativ voll hier gerade. Day 3. So. Talents. Coming soon. Okay. Ähm... Wir watchen mal wieder ein bisschen. Wen können wir diesmal zugucken? Wir gucken mal... Denen zu. Wie viel Geld die alle pro Woche verdienen, ne? Das geht schon gar nicht klar. Wieder was gelernt hier. Das ist nice. Wieder was gelernt. Und einmal lernen wir noch, oder? 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 Ja. Okay. Bisschen spielen. Play your main champions. Äh... Aggressive. Und champion knowledge. Okay. Zack. Gucken wir mal, ob wir das gewinnen können. Enemy genre was correct. What a new mana, but fight him. Yes. Den kriegen wir down, oder? Enemy team is growing up in... No. Okay. Das war nicht gut. Wir waren gerade gut dabei. Victory haben wir doch. Okay. Nice. Mechanics bin ich fast schon gut. Fans habe ich 24 bei dem Match dazu bekommen. Ich weiß gar nicht, woher die Fans kommen. Research. Was kann man hier lernen? Master, Champion, Learn, Streaming. Ich will Streaming lernen, aber da braucht man 250 Fans, Freunde. Hm. Machen wir mal wieder einen Comfort Pick. Aggressive. Und Champion's Strength. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier Pro-Gamer werden, ne? Zack. Zack. Da sind wieder die Matches. Und jetzt ein spannendes Match, Freunde. Ähm... Go to... Ja, wir helfen. Enemy team does not show up in Lanes. Go and... No. Wenn die nicht in den Lanes sind, dann sind die woanders unterwegs. Okay. Okay. Gewinnen wir das? Ja, wir haben gewonnen. Nice. Okay. 69 Fans habe ich. Eine Runde kann man hier noch spielen eigentlich, oder? Ähm... Das ist Porefall. Reflexes. Mechanics bin ich schon 45. Ich bin ein D, ne? Best Champions. Okay. Ähm... Spielen wir noch eine Runde. Comfort Pick. Damit wir das auch gewinnen. Und dann gucken wir mal hier. Dumm, 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 dumm. Okay. Enemy jungler is caught with low AP. Den killen wir. Enemy top land just caught you banging with low AP. Stand fight. Yes. Oh, fuck. Okay. Das war, glaube ich, nicht so gut. Victory. Okay. Wir hören hier ein Victory nach dem anderen raus. Zack. Dann gehen wir erstmal wieder schlafen. Go to bed. Morgen ist auch noch ein Tag. Day four. Watch four bar. Watch four bar. Erstmal immer ein bisschen watchen hier. Bisschen was lernen und so. Das schadet ja nie. Würde ich euch auch empfehlen. Wenn ihr Pro-Gamer sein wollt, dann guckt mal anderen zu, wie die das machen. Auch egal in welchem Spiel eigentlich. Wenn ihr zum Beispiel FIFA Pro-Gamer werden würdet, guckt den FIFA Leuten zu, wie die das teilweise machen. Da lernt man echt teilweise ein bisschen was. Wir haben wieder Aggressiv. Champion Knowledge. Weil dann lernst du auch, was weiß ich, so Aufstellung und was weiß ich. Das ist dir gar nicht bewusst im FIFA teilweise. Aber es kommt immer auf die Aufstellung und alles sowas an auch. Das ist mehr Taktik, als man denkt. Oh, Jungle ist Losinger. Ja, ich helfe. Okay, das war keine gute Idee zu helfen, oder? Gewinnen wir das? Ja, wir gewinnen. Irgendwie sind wir nur noch am Gewinnen, oder? 15 Fans dazu bekommen. Alles gut. Klaus. Da machen wir noch ein Spiel. Da machen wir das. Aggressiv. Okay, ich darf wieder meinen nehmen. Das ist immer das Wichtigste eigentlich. Zack. Gucken wir mal, ob wir das Match auch gewinnen. Wir haben gerade so eine kleine Winning Streak gehabt. Jetzt leider nicht mehr. Das gab aber nur ein und ein. Ein Match können wir aber noch machen. Comfort Pick. Aggressiv. Und wieder Knowledge. Gucken wir mal, ob das was wird. Zack, zack, zack. Okay. Start. Gucken wir mal. Your team is losing all teamfiles. Ich bin im Solo-Mode jetzt. Enemy support tries to zone you without backup and to build their ADC. Yes. Okay, das ging glaube ich in die Hose. Aber gewonnen. Okay, das ist nice. Gucken wir mal. Zack, zack, zack. Überall ein bisschen was bekommen. Gucken wir mal unsere Stats noch kurz an hier. Äh, Portfile. Wie gut das derzeit ist. 70. Alles noch ein Stern. Das ist natürlich nicht so cool. Aber wir haben über 100 Fans. Und ich würde sagen, das soll mit dem ersten Einblick in dieses Spiel gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis dahin. Haut da rein. Ciao.